Let's all tell me I'm awesome, yeah, hot like fire on the climb, if you wanna touch my feet just caution. Hallo Leute, willkommen zum neuen Fokus-Video auf dem Main-Kanal. Heute mit einem bodenlosen Squad, Lame, Musti, Dullin und Victor natürlich dabei. Wir werden heute Stadt am Fluss spielen und mit doch so ein paar Extras irgendwie mit Charaktere war das? Richtig? Ja. Genau. Charaktere, äh, Charaktere, äh, Kategorien sind Stadt, Land, Marke, Persönlichkeit und Job. Genau. Falls euch das Video gefällt, lasst gerne ein Like da, abonniert den Kanal und, äh, ja, viel Spaß mit dem Video. Dullin-Flopper, okay. Ja, das bin ich. Goose, wer auch immer Goose ist. Ich bin da Goose. Wo steht bei mir mein Name? Habe ich auch einen Namen? Jack, warum heiß ich Jack? Jarrak. Warum heiß ich Jack? Ich bin da wach. Wer bin ich eigentlich? Ich sehe meinen Namen. Du bist noch gar nicht drin. Du bist noch gar nicht drin. Achso, ich muss im Spiel betreten. Jetzt bin ich zu dir. Okay, 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 jetzt geht los. Goose, Tapir. Tapir? Tapir. Maschallah. Ja, was? Mit L? Ist das ein I oder ein L? Ich glaube, I, oder? I, I, weil das ist, glaube ich, anfangs nicht so groß, ne? Ich glaube, ja. Ist bei Persönlichkeit Vorname? Weiß ich nicht. Wir machen Nachname. Wirklich? Mann, da muss ich hier löschen. Marke mit I, Marke mit I. Ähm. Boah, so schnell? Okay, und wir können jetzt, wir können jetzt auch voten, wenn Sachen nicht stimmen, ne? Aber wenn die keinen Sinn ergeben. Wenn die genau gleich ist, dann gibt das auch fünf Punkte. Also das ist schon. Ja, aber wenn jetzt einer Ingolstanistan aufgeschrieben hat, dann können wir ihn rausvoten, weil es ist kein Land, weißt du? Ja, und Igolstadt ist auch keine Stadt. Doch. Habe ich das geschrieben? Doch, Igolstadt ist eine Stadt. Nein. Äh? Nein. Ingolstadt? Nein. Ingolstadt. Ingolstadt. Ja. Vote den Mann raus, weg mit dem. Raus, halt. Oh, ne, wir nehmen da. Wo krieg ich das? Ja, raus. Du musst auf den Haken bei Jack drücken. Ähm. Ja, danke. So. Aber warum hat jemand bei Marke geschrieben IT-Spiel? Das bin ich auch gerade. Was ist denn das? War das Wusti? Du hast doch keinen Job. Wollt halt keine Ahnung. Wusti bei Marke? Ja, oh mein Gott. Ja, die Sache ist, ihr könnt mich vorausvoten, weil ich hab Ian Rush drin, aber das ist halt Vorname. Ich wollte auch erst Ian Wright, deswegen hab ich gefragt. Ja, komm, vortet mich raus. Boah, stimmt. Iglo-Marke. Ich dachte da irgendwie gerade nur an so Klammerkmarke, ich weiß nicht warum. Iglo, das ist gut von dir, Dulln. Ja, ich hab auch mal so Mode gedacht. Ja, ja, stark, stark auf jeden Fall. Imker. Krass. Lass uns mal hier weg da. Das ist wirklich dein Spiel, ich merk das schon. Ja, gut. Digga, Dulln ist nicht schlecht. Dann Ergebnisse bestätigen, würde ich sagen. Jeder muss jetzt da unten drücken. Drück mal alle unten. Wir spielen aber jeder Solo für sich, richtig? Ja. Ja. Oder ohne Sinn. Stadt. Hallo, ich kann nicht schreiben. Ich lege Marke mit S. Jetzt ist die Konflikt, Viktor, oder? Oder? Hä? Ich konnte nicht schreiben, ist das eine Verarsche? Okay, Städte. Was ist Seebach? Persönlichkeit. Und ist Seeheim auch eine Stadt? Ja, ist bei mir, Seebach ist bei mir in der Nähe. Adresse liegt. Stuttgart wird mal doppelt. Junge, Seeschellen, es ist unfassbar cool. Das ist Slowenien geschrieben. Was ist das? Wir sind das Inselgruppe. Marke, Scout, der gute alte Tonister. Ey, ich hab zweimal meinen Mic an, ist das schlimm? Was ist S.A.? Was ist S.A.? Raus. Das habe ich auch sehr sehen gemacht, Alter. Sony, Alten. Persönlich. Schuhmacher. Seferovic. Ja. Also das muss sicherlich nicht mehr so eine richtige Persönlichkeit sein, oder? Wenn Seferovic zu ist. Wird Schuhmacher ohne Hagi? Ja. Das ist doch keine Persönlichkeit. Wär es keine Persönlichkeit. Ach so, ich dachte, das wäre ein Job. Ich hab nur nach Persönlichkeit mäßig was an der Persönlichkeit. Also das ist Persönlichkeit mäßig, so was man dann... Oh mein Gott. Oh mein Gott, sparsam. Nein. Ich hab gedacht, dass wir eine Persönlichkeit nicht so charakterlich mäßig sind. Von irgendein Sparsam. Bitte. Nee, nee, nee. Jetzt habe ich alles gesehen, ehrlich. Ich kann hart nicht wegmachen. Forking Hand. Hab ich bestätigt unten. Erstmal striken den Lacken. Ist schon raus, ist schon raus. Hab bestätigt das Ergebnis. Okay, und was ist ein Sanitär? Ani Sanitäter. Ich dachte Sanitär. Ja, und was ist ein Sportanalytiker? Ist das ein Beruf? Ja. Nein. Natürlich. Ich glaube Sportanalyst wären dann, aber ist ja egal. Ja komm, es sind Sportanalytiker. Ja, ja. Nächste Runde. Okay. Nein. Nee. Digga, wie schnell. Junge Dullen, du bist ein Bild in diesem Game. Ich wollte Givenchy ausschreien. Givenchy. 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 Aber das Dullen ist unfair, weil er schreibt zu schnell. Ja. Junge, alle Gernsheim. Alle haben Gernsheim. Gimsheim? Was ist Gimsheim? Gimsheim. Ich schwöre. Ich schwöre mit der uns. Das ist bei uns, in der Nähe von Mainz. Das ist ein richtig schöner See. Gimsheim. Sehr, sehr geil. Gimsheim, nicht Gimsheim. Nein, Gimsheim. Mit Beno? Ist es eine Stadt? Nein, nein. Ist es eine Stadt? Ist es eine Stadt? Nein, hört mal auf. Ohne Spaß. Mach doch jetzt mal nicht so. Was machen wir jetzt hier? Komisch. Ich mach Fitna hier, ja? Verdammt. Also wir spielen fair. Weiter geht's. Okay, mach Givenchy weg. Weg, Doc. Grünland ist kein Land. Wie? Ist kein Land. Was? Dänemark. Das gehört zu Dänemark, ich weiß, aber es hat eine eigene Flagge ohne eine eigene... Ist kein Land. Wenn Dullen sagt, ist kein Land, dann ist kein Land. Nein, Dullen. Willst du mich verarschen? Guck's nach. Hm, weiß ich nicht. Guck's nach. Ist kein Land. Also Dullen hört sich schon sehr überzeugend an. Sehr mit Confident spricht er da gerade. Mach ihn weg, Daußen. Ich glaube, Dullen, ich bin auf deiner Seite. Grünland ist eine riesige Hände. Das ist ein autonomer Bestandteil von Dänemark. Die sind eigenständig. Fuck, ich hab dir jetzt schon gedrückt. Scheiße. Dann komm, komm, lass. Ich hab's rausgeboostet. Einfach nur, um zu klären hier für dich. Ey, mach mal Givenchy weg. Mach mal Givenchy weg da. Ja, Givenchy, ja. Ja, Givenchy, tschüss. Was? Ja, Jungs. Warte mal kurz. Victor, ich hab dir jetzt hier gegönnt, Bruder, mit dem Grünland. Nee, du hast nichts Auge gemacht bei mir. Nein, ich hab gar keine Auge gemacht. Du hast Givenchy geschrieben. Was willst du? Ja, das war aber jeder weiß, dass es Givenchy ist, ne? Ja, ja, ja. Wollen wir das schon? Nein! 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 Ich will gerade schreiben, Bruder! Ja, ich will schreiben! Lewandowski, ich bin aber im dritten. Jürgen, es macht doch gar keinen Sinn. Dolin, du bist echt krass. Was ist Lampardheim und Langgoldholzheim? Was ist schass? Ey, Lampardheim ist bei uns hier um die Ecke. Ja, ja, wir sind die ganze Zeit am Adresse liegen. Kennst du Lampardheim, ne? Lampardheim ist bei mir zwei Städten weiter. Digga, was ist Lesotho? Hey, Lesotho, Lesotho. Ist ein afrikanisches Land. Ist ein afrikanisches Land. Dolin, du bist echt krass bei dem Thema. Toch, dann hier immer das La bei Persönlichkeiten rauswählen. Ja, ich habe gesagt, Start am Fluss ist mein Game. Geh, mach weiter. Alter, ja, ist das krass, er nimmt uns halt so auseinander, weil er hat immer das beenden kann, ne? Weil er hat richtig schnell ist. Ich habe ein, zwei Dinger jedes Mal. Ich wollte LeBron hinschreiben, aber dann habe ich La Brunen geschrieben. Ja, dritter Platz, ja. Digga, mit 140 Punkten Vorsprung hat der Mann. Was, wer bist du komisch? Bist du Tapir? Oh, ich weiß nicht, ich sehe mal. Ja, du bist Tapir. Ja, es ist Tapir. Es ist okay. Es ist mal wieder ein hinterletzter Platz für Kuba. Was kommt, Sweet, heute wieder gut performt. Ist okay. Kuba ist schlechter als ich geht eigentlich gar nicht, ja. Ich bin auf den aufsteigenden Maßnahmen. Machen wir noch eine Runde? Machen wir noch eine Runde? Nein. Nein, Jungs. Dulln war echt fast as fuck, aber komm, scheiß drauf. Nein, da habe ich keinen Bock drauf, wieder mit dem zu spielen, Digga. Das ist so, als ob du jetzt wieder Fortnite spielen würdest. Hast du auch keinen Lust drauf. Macht keinen Sinn. Gegen die ganzen Threads, Alter. Der Junge ist nicht nur in FIFA ein absoluter Tryhardt, der ist in Stadtbahnfluss, da kann ich auch in Tryhardt. Der gibt nicht mal eine Chance, weiß, der drückt sogar schon auf bestätigen. Er weiß es schneller als gerade und er drückt trotzdem bestätigen. So was soll das. So was soll das. Wahrscheinlich hätte ich noch so fünf Sekunden immer gewartet. Ja, ja, genau. Aber Dulln, ich gebe dir, dafür, dass du erster bist, gebe ich dir auch gerne das Outro, mein Bester. So ist es, das war es jetzt hier mit Stadtbahnfluss. Falls es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da, checkt die anderen Socials ab und dann würde ich sagen, sie uns beim nächsten Video wieder. Out rein. Ciao, ciao. Outro